Oh, jetzt mal so schön Anna besuchen. Das wird schön. Ich hab gehört, MCM ist heute auch bei ihr. Anna? Na, Rodes? Bist du da? Ey, hi! Oh, geil, warte, ich komm gleich rein. Ey, cool. Ach, grüß dich. Na? Kann ich dir einen Kaffee anbieten? Warte mal, lass dich drücken. Na? Na, alles klar bei dir? Jo, alles cool. Du hast Kaffee, hab ich gehört. Willst du einen Kaffee? Jo, warum nicht? Warte, ich mach dir einen, setz dich. Ach, MCM ist auch da, hallo. Jo. Ich hol dir mal eine Tasse und dann geh mit mal los. Ja. Sitze ich doch an den hell erleuchteten Tisch, wo das Ding drin ist. Ach so, okay, geh ich hier gleich rüber. Ja, sitze ich doch hin. Ach, hast du schon mal getroffen? Ach, hast du MCM gemalt, ja? Ja, ich hab MCM gemalt. Dankeschön. Der Kaffee ist relativ frisch gebrüht. Ja. Na? Kriegst du hin? Ja, bedanke ich mich. Ist der kalt? Warum ist der kalt? Ja, ist nicht. Der ist schon ein paar Jahre alt. Also, ich hab drei oder vier Wochen jetzt inzwischen. Ach so. Das ist doch relativ frisch, wenn du meinst. Also, das ist nicht lieber, wenn ich dir noch ein Bier gebe. Also, du kannst... Nee, ich trink den, ich trink den. Kannst du jetzt mal deinen Kaffee in Ruhe trinken, weißt du? Das ist echt... Ah, Sion. Das sieht aus, als wären da Pilze drin. Willst du Milch haben? Was sind denn das hier für Pilze? Das sind Kaffeepilze. Die gehören zu der speziellen Sonderkaffeemarke. Das ist Chino Feine Pilze. Ach so, okay, okay. Nee, schmeckt gut, schmeckt gut. Okay, wunderbar. Komm vorbei, liebe Fans, und lass euch den Kaffee voneinander kochen. Yeah!